Okay, na, mach ich ein andermal. Ich weiß grad nicht, wo ich suchen soll. So, Ente! Befreie mich! Und zwar will ich jetzt zum Schloss. Ups. Denn hier gibt es noch eine sehr wichtige Sache zu tun. Blah! Geht alle weg! Nein! Ach. So ein Stress. So, ich hüpfe mal hier runter. Ich kann da nicht runterhüpfen. Impossible Brew. Wie komm ich denn da hin? Wo ich hin will? Kann ich hier nirgends runterhüpfen? Ich bin enttäuscht. Oh, ne Fee! So, sehr schön. Alter, komm ich nicht durch! Noch ne Fee! Was für ein Luxus! Aber anscheinend nicht. Nein, hier komm ich nirgends irgendwie zum Wasser. Sehr bitter. So, hier komm ich ins Wasser, aber das ist das falsche Gewässer. Hier will ich gar nicht hin. Aber probieren wir es mal aus. Ah, Endstation, toll. Gut, dann würde ich sagen, da ich so langsam doch nicht das hinkriege, was ich hinkriegen wollen würde, machen wir ne Schnellreise. Oh nein, ich will in den Strudel! Yay! Wo bin ich jetzt? Ah, hier bin ich! Das ist ja auch nicht so toll. Moment, was ist da denn? Oh! Ja, sieh mal, einer guckt, was wir dort haben. Tada! Tada! Einmal kurz Enten-Check. Ob die mich hier auch holt. Nö. Enten-Check 24. Geh wieder zurück und dann, dann, dann machen wir weiter mit der Story. Let's go! Mö! Moment mal, ich muss ja in die andere Welt rüber. Ah, ich bin... Ich bin so durcheinander. Versteht ihr das? Wo kann ich denn die Welt am besten wechseln? Das geht doch nicht nur da unten, oder? Kann ich mir kaum vorstellen, dass ich hier auch wechseln kann. Ja, ich gehe einfach dort in die Welt zurück, wo ich eben war. Das heißt, dort bei der Sieben und von hier gehen wir dann los. Ne? So, da rüber. Plaps. Jo, da geht's auch mit. So, und jetzt muss ich irgendwie rechts rum. Weil oben ging's ja nicht weiter. Also links konnte ich ja nicht nach Norden weiter. Nach Carrico. Darum werde ich jetzt mal versuchen, in diese Richtung rüber zu gehen. Das sollte ein bisschen besser funktionieren. Wird wahrscheinlich dann eh mit dem Enterhaken gehen. Bin ich hier noch richtig? Ha! Yes! So, jetzt nach links rüber. In die Stadt. So, jetzt schaue ich erst mal gleich in das Häuschen. Ah, das ist nur wieder der Wahrsager, oder? Ja, natürlich. Der interessiert mich nicht. Fee. Nom, 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 nom. Kommen Sie her, junger Fee. Ja, witzig. Wie soll ich dann rumkommen? So, jetzt werde ich dasselbe hier auch noch mal testen. Was ich vorhin dort drüben getestet habe. Es passiert auch nichts. Toll. Hier kommen wir nicht weiter. Ein totes Hühnchen! Da komme ich noch nicht vorbei. So, gehen wir die Stadt nochmal durch. Was haben wir hier? Hier ist nur ein kaputtes Häuschen. So, weiter nach links. Da kann ich doch sicher aufspringen. Oh! Wow! So viel Geld. Das hat sich doch mal gelohnt. Wahnsinn. Ein bisschen Kahl schlag. Eine Biene! Nein! Aua! Ein Dieb! Ah! Puh! Alles gut, alles gut. Kleines Spielchen, gefällt euch 30 Rubin und du kannst zwei Truhen öffnen. Ich versuche es. Ich drücke dir die Daumen. Ich nehme die da. Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich nehme die da. Und ich nehme die da. Was? Okay, aber hat sich gelohnt. Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet. Voll cool. First Try. Ich glaube, wenn ich keine Herzeige gekriegt hätte, hätte ich das auch nie wieder probiert. Das Gebäude ist da versunken. Da kann ich nichts anfangen. Dann dort rein. Wow! Jetzt komme ich aber ans Limit, oder? Ah, ärgerlich. Jetzt habe ich mir das Wow von Jacka schon angewöhnt. So, da brauchen wir den Hammer wieder. Okay, passt. Kakariko ist abgeschlossen. So, und jetzt geht es in die Wälder und ich komme da noch nicht rein, oder was? Wo geh mal hin? Wo geh mal hin? Perfekt, wir sind drin. So, stirb du. Da will ich nicht ins Loch fallen, weil ich glaube, da fällt man schon direkt ins Dungeon. Oh ja, das Dungeon war so verwirrend. Ich glaube, hier war noch ein Loch. Ja, ich gehe da mal runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt richtig bin. Fee! Okay, so, hier kann man auf jeden Fall immer wieder solche Dinger zerschneiden. Und das, glaube ich, bringt auch hier richtig viele Wege. Alternative Wege. Und das nervt. Natürlich. So, hier bin ich falsch. Da komme ich nicht drüber. Das heißt aber, wir haben ja den Schalter gesehen. Ich muss einen Raum nach unten. Eine Karte! Schön. So, ich schneide jetzt alles weg, bevor ich irgendwas verpasse. Da unten ist ein Schlüsselloch. Echt schwer zu treffen. So, und von hier müsste ich eigentlich weiter rauf können. Aber ich komme noch nicht an den Löchern vorbei. Ah, schwierig. Gut, jetzt komme ich hier raus. Super. Dann gehen wir mal weiter. Einen anderen Eingang suchen. Oh. Ah, ich habe keinen Platz mehr für Geld. Ah, da ist die Hand! Nein! Ich hasse ja die Hände. Boah, die machen so einen Stress. Das gibt es doch nicht! Oh, diese Hand! Die Hand macht mich echt nervös. Entschuldigung! Ah, nein! Ah, nein! Oh, das ist es! Oh, das ist es! Der weimar, die Hand macht mich viel Creat eagle! Oh, das ist es! so ich krieg hier so viel schaden so so